Du darfst dein Leben lang nur noch dein Lieblings-Essen essen. Ah, ich glaube, ich pass, weil es gibt einfach noch so viel anderes geiles Essen auf der Welt. Ich könnte mich, glaube ich, auch nicht mal entscheiden, was so mein absolutes Lieblings-Essen wäre. Ich habe immer drei Sachen. Piroggen, Trüffelnudeln. Boah, same. Ah, und neapolitanische Pizza. Mmh, das Geschmack. Gefällt mir.